Über die eigene Krankheit schreiben und damit sich selbst und anderen helfen. 2011 hat Nicole Kultau angefangen, die verschiedenen Stationen ihrer Brustkrebserkrankung auf ihrem Blog Prinzessin Offenbersch festzuhalten. Angefangen mit ihrer Krebsdiagnose. In dem Moment ist alles zu Boden gestürzt. Alles, was mein ganzes Sein ausgemacht hat, das war halt wirklich komplett weggebrochen. Und dass da jetzt dann halt mal mein ganzes restliches Leben in Frage gestellt war, ich wusste halt nicht, schaffe ich das, werde ich das nächste Jahr überleben. Das ist Todesangst, die macht sich da natürlich auch breit. Trotz aller Hoffnung, trotz allen Mutes, den man in sich trägt. Immer wieder meldeten sich Patientinnen bei der Aschaffenburgerin, weil sie sich in den Schilderungen verstanden fühlten. Viele wurden zu Freundinnen. Dieser Austausch war ja auch in Zeiten wichtig, in denen sie zu kraftlos war, um ihre geliebten Bücher zur Hand zu nehmen. Manches Mal, wenn es halt ganz, ganz schlimm schien, dann habe ich ganz, ganz laut gebrüllt. Also wirklich richtig laut und das hat mir aber dann wiederum geholfen, mich im Hier und Jetzt zu verankern. Ein großer Hoffnungsanker für die alleinerziehende Mutter war immer die Liebe zu ihrem 20-jährigen Sohn. Von Geburt an ist Justin mehrfach behindert und damit dauerhaft auf Hilfe und Betreuung angewiesen. Bei der Vorstellung, dass wir unsere Kinder alleine zurücklassen müssen und das ist natürlich eine Horrorvorstellung. Und wenn man dann auch noch alleinstehend ist, vielleicht nochmal so sehr als Mutter. Weil was wird mit dem Kind, wenn mir was passiert? Dann steht er halt wirklich alleine da. Kraft tankt die 48-Jährige in der Natur. Denn auch wenn ihr Brustkrebs nach mehreren Operationen als geheilt gilt, weiß sie, dass sie die Krankheit vermutlich weiter begleiten wird. Die Brustkrebsgeschichte, die ich ja erlebt habe, die ist genetisch bedingt. Das heißt, es besteht ein gewisses Risiko, dass ich erneut erkranken kann. Oder aber es ist mir halt eben auch bewusst, dadurch, dass der Krebs damals hormonell bedingt war, dass ich noch auf die nächsten Jahre hinaus ein Risiko habe, an Metastasen zu erkranken. Angehörigen von Patienten rät sie, sich auch mit gut gemeinten Ratschlägen zurückzuhalten. Meist sei es besser, einfach zuzuhören und da zu sein. Und eine thin Realität ist Danke, danke! Gut, danke! Untertitelung des ZDF, 2020